Leute, das ist die Brachypema auratum. Ich hatte hier gerade ein Video gedreht und habe hier eine Waldschabe gegeben. Ihr seht mal so, wie groß die Waldschabe ist. Könnt ihr es erkennen? Also eine wirklich ausgewachsene Waldschabe, sehr, sehr groß und im Verhältnis das Tier, wie klein es ist. So viel zum Thema, wie groß muss das Futter sein? Also die Tiere können immer selber ganz gut beurteilen, wie groß das Futter sein darf. Und sie entscheiden dann, ob sie es überwältigen oder ob sie wahrscheinlich eher flüchten, bombardieren oder so einen Abwehrbiss oder einen kleinen Stampfer auf den Boden starten. Und hier sieht man das ganz, ganz gut. Da muss ich natürlich aufpassen, dass sie hier nicht direkt ausparkt aus dem Terrarium. Und sie hat echt mächtig zu tun, richtig zu tun. Ihr seht, wie groß das ist. Witzigerweise bombardiert sie zwischendurch auch immer. Ich glaube, sie meint das Futtertier, was sie da noch meint zu bombardieren.